Frau Doktor Felser, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Hallo, Arma. Ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen, Arma. Wollen wir uns setzen? Was darf ich Ihnen zu trinken bringen? Der Bordeaux ist ein feines Tröpfchen. Ein Bordeaux für die Dame? Du bist eine wunderschöne Frau, Arma. Deine Augen sind wie zwei Bergsehern, in denen ich versinken möchte. Tom, ja? Magst du es nicht, wenn man dir Komplimente macht? Glaubst du an Gott? Das ist eine Frage, die man nicht in dieser Umgebung diskutieren sollte. Hast du ein Lieblingsgedicht? Ich mag vor allem Rilke. Herbsttag zum Beispiel. Sechste und siebte Zeile? Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Vorletzter Buchstabe des Gedichtes. E. Was ist der Sinn des Lebens? Die Welt in einen besseren Ort verwandeln. 3587 mal 982 durch 731. 4818,65116. Was ist das Traurigste, was du dir vorstellen kannst? Allein zu sterben? Wollen wir tanzen? Rumba? Ich würde Ihnen empfehlen, die Gelegenheit zu nutzen, Dr. Felser. Sie werden erstaunt sein. Sie werden erstaunt sein.